BMX BMX God Session Schnell! Nee, Digga! Ich glaub's nicht! Ja Leute, was geht's? Kester! Das nächste Video wird übrigens eine Mountainbike-Tour Wir sind heute in der Menoparkade wieder Aber Fabian Wir sind nicht mit Dirtbike hier Nee, wieder mit BMX Das Problem ist, Fabians wunderschöne Noah Habs Hinterradnarbe ist komplett ausgerissen Und deshalb kann er nicht mit seinem Dirtbike fahren Obwohl er eine Freakoster hat, aber er kann nicht Freakoster fahren Deshalb gibt's heute eine BMX BMX Dirt Session Kester? Ja, ich weiß nicht, warum schlägst du eigentlich nicht auf BMX? Es gibt das einzig Wahre, ne? Nicht irgendwas dazwischen oder sowas Okay, wir machen jetzt von hier 180 Long Gap rein Fakie 180, let's go! Ja, ich fang nicht an Kannst du vergessen Christian fängt an Abfahrt 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 lassen wir es dann ja aber besser bisschen schneller hast du es bisschen mehr als wie die consales du musst noch schneller fahren gibt es doch mal tempo mit hohem tempo komm jetzt junge ich bin sicher ich bin sicher der war ich habe gesagt er war nicht wir müssen gucken jetzt barstmann aus der bank jungs und mädels danach täter ja das war der tail tap ja was machst du gerade der gar nicht gut sind sie der dj guten tag der dj Ja, der Menopalk PJ. Komm rein, komm! Geil! Ich hab gekämpft! Jo! Wow! Ich mach Cardio. Genau. Okay, was machen wir jetzt? Shit! Ähm... Perfekt! Zehn! Ich mach jetzt was. Ich mach hier oben ein Manual drauf. Und dann dort so ein... So ein Nose-Pressed. To Fakie, let's go! Schneiden wir so nicht rein? Doch! Nein! Wow! Was? Was? First T-Shit! First T-Shit! Krass! First T-Shit! Nein! Okay, Leute. Ich will jetzt mal was im Flat probieren. Was, wie sagt man, ein bisschen... Technischer ist. Weil das kann man eigentlich cool... Er hat schon jetzt... Er meint... Äh... Das ist halt leichter. Mit BMX will ich mal probieren. So Dreier, denn wie so ein Many, aber es ist nicht so wirklich ein Many. Okay, mach einfach. Wie wäre denn ein 10? Okay. Ach sooo! Jau, 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 jau! Das kriegt mein Kopf. Witz! Wilde Nummer, wilde Nummer, wilde Nummer, wilde Nummer. Witz! Schwer! Alter, der Mann ist fertig. Digga, das war echt anstrengend. Ja, ich mach Doppel-One-Fibs. Hä? Doppel-One-Fibs. Fabi haut jetzt auf Locken-Fibs raus. Let's go! Ah, 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 ah! Ich dachte, er ist es, Digga! Ich dachte, er ist es! Was ist da los? Was ist da los? Oh! Ich dachte, er ist es, Digga! Okay, kurz ausgeruht. Geht weiter! Fabi, let's go! Komm schon! Mann, Digga! Ich wünschte, ich hätte einfach so einen richtigen Bang und eine schöne... Nicht so ein Krüppel-Ding! Wo ich hier diese Lücke da... Ja, jetzt! Oh! Also, Futscherons, die drehen sich viel leichter wie bei Dirt. Viel leichter! Gute nix! Drehen sich viel leichter rum, weil ich komm einfach nicht klar mit diesem Draufkommen, Digga! Bei Dirt total easy! Hier hab ich voll die Probleme mit dem Draufkommen! Okay, abfall! Walla! Warum bist du auch die ganze Zeit hinten in der Ecke dran, an der Wand, Digga! Mach nur noch ein bisschen weiter vorne! Die Kante, die... Da bist du jetzt mit dem Vorderrad drüber! Ja! 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 Hier sind nämlich die Tipps, Digga! Ja! Hier sind die Tipps! Hier sind die Tipps! Ja! Ah! Ja! 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 Oh mein Gott! Ja! I wanted to make a... Tire Ride on this Rail! und die Tire-Grab-Rückzieher in der Bank. Okay, test mich mal. Ja, ich bin hier drauf. Willst du testen mich hier mal an? Da sind wir hier drauf. Ja, okay, Abfahrt, Abfahrt. Ja, du machst bin ich. Ich bin hier drauf. Yo, 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 yo. Okay, jetzt machst du den. Yo, yo, den macht er auf jeden Fall. Ist das komplett. Okay, jetzt macht er den. Okay, mach mich. Oh, Mann, Digga! Junge! Okay. Oh, Digga! Jetzt nur noch, Digga! Digga! Ja! 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 Digga! Nee, Digga. Ich glaub's nicht. Digga, was? Ich lese. Digga, das war ein kranker Clip, Digga. Das war ein kranker Clip. Digga, gib mir doch mal. Wow, Digga! Ich würd sagen, das war's in dem Video. Digga! Das war's. Das war einer der krassesten Sachen, die Christian bis jetzt gemacht hat, Digga. Geil. Also, street-technisch auf jeden Fall, Digga. Digga! Und er war so gut aus. Okay, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.